Dorset DST ist eine Grafschaft in Südwestengland. Die Hauptstadt ist Dorchester. Die benachbarten Grafschaften sind Devon im Westen, Somerset im Nordwesten, Wiltshire im Nordosten und Hampshire im Osten. Dorset hat rund 750.000 Einwohner und verfügt über den höchsten Anteil älterer Personen von allen Grafschaften in Großbritannien. 25,9% der Bevölkerung sind über 65 Jahre alt. Bournemouth und Christchurch wurden 1974 von Hampshire nach Dorset umgegliedert. Das Seebad Bournemouth und der Hafen von Poole dominieren den Südosten der ansonsten eher ländlich geprägten Grafschaft. In Poole ist der Tower Park Europas größter Freizeitkomplex beheimatet. Noch im 19. Jahrhundert war der heutige Ballungsraum kaum mehr als ein kleiner Hafenort umgeben von Heideland. In der Literatur ist Dorset als Heimat des Autors und Dichters Thomas Hardy bekannt. Zahlreiche Orte, die er in seinen Erzählungen dem fiktiven Wessex zuschreibt, liegen in Dorset. Sein Cottage in den Wäldern östlich von Dorchester gelegen. So wie sein Haus in Dorchester werden vom National Trust verwaltet und können besichtigt werden. Stahlbridge ist die Heimat von Douglas Adams, dem Autor von Per Anhalter durch die Galaxis, der Dichter William Barnes, die Schriftsteller Theodor Francis Povies, John Le Carré und P. D. James sowie der Satiriker Thomas Love Peacock stammen ebenfalls aus Dorset. Darüber hinaus wurden in Dorset der Künstler Sir James Thornhill, die Musiker Sir John Elliot Gardiner, P. J. Harvey und Robert Fripp, die Paläontologin Mary Anning, der Ruder Champion Matthew Pinsent und die Erzbischöfe John Morton und William Wake geboren. In der St. Martins Church Wareham wurde nach dem Tod von Thomas Edward Lorenz, der als Lorenz von Arabien bekannt geworden war, von seinem Freund Eric Kennington ein Grabmal mit einem Bildnis von Lorenz im arabischen Kleid aufgestellt. Der Hafen von Poole ist weltweit der zweitgrößte Naturhafen nach dem von Sydney. In der sehr flachen Bucht liegen zahlreiche Inseln, darunter auch Brown Sea Island, die Gründungsstätte der Pfadfinderbewegung. Unter dem Hafen befindet sich eines der wenigen britischen Ölfelder. Ein Großteil der Küstenlinie von Dorset wurde wegen seiner außergewöhnlichen geologischen Formationen 2001 zum Weltnaturerbe der UNESCO erklärt. Städte und Ortschaften Abbotsbury, Ashmore, B. Münster, Blanford, Forum, Bonnmouth, Breedport, Broadstone, Charmout, Christchurch, Koffe, Kassel, Dorchester, East Loworth, Ferndown, Gillingham, Ivern, Courtney, Ivern, Minster, Kington, Magna, Lengton, Matravers, Leimrigis, Lychid, Matravers, Lychid, Minster, Melkombrigis, Milton, Abbas, Poole, Poundbury, Putetown, Shaftsbury, Sherbourne, Sankt, Ives, Stahlbridge, Sturminster, Marshal, Sturminster, Newton, Swenich, Tollputle, Verwod, Wareham, Westlowers, Westmoors, Weststour, Weymouth, Wimbron, Minster, Quart, Matravers, Sehenswürdigkeiten, Abbotsbury, Subtropische Gärten, Abbotsbury, Swanery, Bedbury Rings, Blue Pool, Bovington, Tankmuseum, Bovington, Brownsea Island, Cherne Abbastcheint, Koffe Kassel, Edmondsham House, Ford Abbey, Great Dorsets Team Fair, weltgrößtes Traktortreffen, Hardy Cottage Wohnsitz des Schriftstellers Thomas Hardy, Hardy Monument Admiral Thomas Mastermann Hardy gewidmet, römischer Tempel bei Jordan Hill, Stuttland Bay, Kingston Lacey, Loworth Castle, Maiden Castle, Nine Stones, Nuttefort, Pöskontle Manor, Sherbourne Abbey, Sherbourne Castle, Swenich Railway, Wimbron, Minster, siehe auch, HMS Dorsetshire, schwerer Kreuzer der Royal Navy im Zweiten Weltkrieg war beteiligt an der Versenkung der Bismarck.